Irgendwo dahinten Ok, dann kommen wir nicht lang, spring mal hoch Das ist doch irgendwie schwerer aus dem Boden raus Ach so, da hoch, ja jetzt, ok, oh Gott Hallo? Ach, Junge, Junge, Junge Alte, was tief in der Schulung ist, kannst du springen? Ja, ich hätte da klettern sollen, das habe ich gesehen Ah, ich bin doch so mutig, ich bin doch so einer, da hat Erfahrung drin, wie man lange taucht mit dem Charakter, ne? Wie lange genug ohne ausgekommen Oh, jetzt mach doch kein Bullshit, Alter Erstellungstechnisch, das ist Autochump, da kann ich echt drauf verzichten Damit haben sie, finde ich, jetzt meiner Meinung nach echt keinen Gefallen getan Ach so, Kontrollsystem Äh, ok, merk schon Hey, open the door for us! Halt doch die Fresse Vielleicht mach ich euch ja gerne einmal wieder wohnen jetzt Let's go Yep This is the hall of birth Inside those halles, the first Gilmen were born and began their lives under the protection of Uthaca At least, that is what the legends tell us So, the first Gilmen were born inside this thing? I wonder if all the Beacons have rooms like this Ah! Ja, bin doch jetzt ausverfickt Du musst zweimal, dreimal abdrücken Wenn das nimmst Kapiert hättest? Kommt er da dran Ach so, ja, kapiert Ja Plattform Ja Ja Okay, du musst die ganzen Skills des, äh, Kriegers nutzen Ja, ja, ne, 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 ne Was ist denn da? Spieße? Einfach so? Ja Ja Ach so Ich muss ja durchschleichen, äh Ich hab mir jetzt den Arsch abgesucht, he, he Okay Aua Ach so, da fliegt was Perfekt Perfekt Und was haben wir da für einen Schlüssel? Kontrollraum Perfekt Nur zur Vorsicht Ja, ich wollte ihn ausspießen, falls ihr fragt Ich wollte es tun Ich wollte es tun Okay, da geht's hoch, da geht's rüber, da geht's lang, was ist hier? Man braucht 3 goldene Kuhn, das Podest zu aktivieren Oh mann, so eine Scheiße wieder Oh mann, da ist schon wieder was, ich hör's noch schon wieder krank, so Oh, okay, nice Dankeschön Ja komm, los Was Was hast du denn umgebracht? Ach so, Tauchlevel Und übel Und übelst Freude auf Oh, schöne Abwechslung Da kann ich schon gar nichts mehr Hehehehe Hehehehe Oh mann, schwimm doch jetzt einfach hoch Oh mann, das soll die billige Emolition, bitte Oh mann, das soll die billige Emolition, bitte Wie gut wär Da drüben ist die andere, okay Ich hoffe, wir haben einen von euch getroffen War mir ne Freude So Ja, ich geh einfach jetzt mal da hoch, das sieht vertraut aus Hä? Wow, wenn ich nicht draufkomme Zum Glück Oh, den Helm ab, das ist mir nicht rennen können Oh, den Helm ab, das ist mir nicht rennen können Oh, den Helm ab, das ist mir jetzt heute Na, der Helm ab was Genau, ich glaube das ist mir keine Probleme Ja, wir schüllen, was du schon mal planierst? Ja, das ist es mir nicht Ja, wir haben die Frage Wie ist das eine positive Karte? Oh, den Helm was mein Habermas Das sind mir nicht das Im Moment ist es mir nicht so Oh, was ich mich nicht so das ist jetzt aber sozial das ist cool gemacht damit kann ich leben das war doch hier ne ja Nummer 2 dann müssen wir noch da hoch Wenn wir Glück haben packen wir uns noch in der Aufnahme so schnell in der Obo zu ich bin jetzt so laserscheiße wieder an die sind noch die ok damit kann ich leben verspring da nicht hoch der Bastard und ich wollte mich hochkletzchen komm schon ich bin richtig hoffentlich ja booster tarot karte es wird nur keiner leidungs auf goldenen kugel na ja na ja na ja schade 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 ach so, das war beabsichtigt, dass ich da nicht hinkomme, du Arsch so ein Hosen-Scheißer-Spiel da geht doch doch hoch solch renner, Mann schaplö, wenn man da liegen geknüppelt, der verdrücken muss jetzt können wir da doch hoch na ja halt mal hochziehen, oh Gott, Lot C ist grad Station bin drin bin drin ok gut da schade kommen gleich die lasergeschützt-Turme ich glaub, wir haben die richtige Reihenfolge genommen bin ich froh drüber alter, ist noch was? hab sehen, ob der Geld nicht leist oder Munition glaub, die können wir ganz gut gebrauchen gut, dann haben wir noch jetzt so 14 Minuten Zeit, um das Vieh zu killen äh, kein anderes einwerden ach so, stimmt das kann ich jetzt da ablegen und dann wird es da platzieren so, tschüss warte, kann ich da nicht mit? ich will da mit? testen wir mal, Sekunde hallo hallo nein ich hätte da gleich mit hoch müssen ah, fuck da hätten wir ah, wir haben vielleicht mit durchgeschoben worden scheiße das wärs jetzt gewartet ja, das war voll cool so, meine Kinder, kommt wir haben düsteres vor weißt du, die wir da auch lieben? ist denn doch nicht töten? oder Missverständnisse oder so? ach, das wär episch nein, ich glaub auch nicht dran mal gucken wir denn Rücken noch was drin ist woher zu wollen jetzt nicht, aber aber bei doch ja, sieht nicht relativ voll aus alles ja, wahrscheinlich kommt jetzt die Schildkröle ach, ich hab schon mal richtig Bock drauf ja, warum machen wir nicht weitergehen? ich habe wartet, um dieses Jahr maler Charakter zu sehen dass sie so Angst haben ja alte alte schriften dieser heilige das ist die Halle der Geburt aus der die Stahldiener die ersten Klie äh Kiemen voll äh Kiemen voll Kinder nach Supermerien äh getragen haben ein bisschen blätt äh ach, sieh schon Postra äh, okay war das richtig? war das richtig? okay ich sehe schon so einen äh tot war schön mit euch oh, Mama! ja ja we ja 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 Okay, bringt er auch weg. Jetzt ist er uns weiter zu bestecken. Ah! Ich sehe einen. Also. Ich weiß es jetzt an meinem Ding aus, ey. Schau, da ist ein Konduktor da. Ich sehe einen Konduktor. Sie haben die Schwungskraft. Äh? Ich sehe ihn. Haben wir da irgendwie viel Schildkröte drauf? Ah meine Fresse, heb dich drauf einmal! Yunghä! Ja! Klappt das jetzt noch mal? Klaß, ne? Hm. Also, A-Street haben wir jetzt noch von der anderen, ne? Hä? Weil ich ausweiche oder nur feber. Aber okay. Das ist jetzt merkwürdig. Ach, jetzt! Die muss da oben hin! Ja, schön! So, vielleicht mal in die Geschwüße mit dem Vierer anlassen damit. Warte, kann man jetzt vielleicht da mit abknallen? Oh, Mama! Die steht wieder auf! Also, wenn wir es abschießen, ist es am effizientesten. Okay. Das Wort hat sich wieder aufbäumt. Und dann gehen wir runter und knallen die ab. Gut kapiert. Haha, verarscht! Was? 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 Es wird ja kocheln. Also, T-Nincha-Tuttle, komm her! so danke bring uns eines an, wo wir den, oh geht das? Ja, nice. Damage over time. Mama! Hallo, ich hab B gedrückt, Alter. Kann man hoch jetzt? Danke. So. Jetzt komm her, du Turtle. Oh, die Scheiße ist schon wieder. Langsam Atem. Komm, boot, 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 du hast ihn gesticken. Scheiße, Mann. Du warst niemals den richtigen Teenage Mutant Ninja Turtle. Ah, das war zu schnell für sie. Fuck, warte, ja, dann komm hierher. Dann komm da hoch. Das ist auch gut, da kann ich gleich rübergehen. Ja. Aha, fast. Noch einmal, das muss ich haben. Da muss ich in Zone davon haben, natürlich. Jetzt müssen wir erstmal grinden. Jetzt haben wir nichts mehr, jetzt mal alles rausgeballert. Dann brauchen wir einen Blitz wieder. Ah, vorher ist auch nicht verkehrt. Ein bisschen Leben, ja, kann auch nicht schaden. Ich will, wie sieht's aus. Da haben wir schon ein paar Sachen zugeworfen. Komm mal ab. Ich weiß, das ist auch nicht verkehrt. Ah, man blitzt wieder zusammen. Nee, da fehlt noch. Hallo. Oh, Mama! Ah, jetzt aufs Band. Perfekt. Komm her, put put. Du Panzerbringendes Stück Scheiße. Komm auf. Ab. Du Bums Käfer. Ich hab Scheiße gebaut. Ich weiß nicht, dass er seinen Dings hat. Ich weiß nicht, dass er seinen Dings hat. Was ist da hinten? Scheiße. Das brauchen wir uns nicht mehr machen. Ich muss erstmal wieder herkommen. Fuck. Komm mal kurz hierher, bitte. Hier hoch. Ich bin in die falsche Richtung gelaufen. Das war dumm von mir. Kommst du mal hoch? Hey. Ach, Brudi, echt jetzt. Komm einfach hoch. Los. Du dir selbst kein Gefallen. Komm her. Ja? Ja, wo bist du denn? Ja, wo bist du denn? Nee, ich glaube, das ist er vom Kraftwerk. Hallo? Ist das Stacker oder was? Ja, okay. Ava. Ava. Verzeih. Kein Bock zu sterben. Komm ins Herr. Los. Ach. Ah, ich seh's. Okay, ich seh's, ich seh's, ich seh's. Ich seh's. Das ist der letzte jetzt. Nice. Ich muss killen. Ich muss rauslaufen. Stirb, du Dreckschau. Mal weg in Hölle, Land. Schiesst du. Entdeckst du keinen. Schiesst drauf. Ich baue mal ein Haus aus dem Viech jetzt. Nein, das war ein Roboter. Wir hätten sie aktiviert. Pfff. Miststück. Junge, Junge. Er war fast pünktlich. Ich bin nur die 20 überzogen. Lade. Stahlschuppe? Ja. Das war's. Das war's. Ja. 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 Äh. Goldenest Tower. Booster Paketer. Halt. Seine goldene Folie. Dein Herz mit Neugierde. Die seltene Karte, die du hältst. Jo. Mana. Schildkröte. Ja. Lass uns hier weg gehen. Kommt mal. Ach, die Fresse. Ja. 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 Los. Ja. Los. Ja. Ja. Ich hab gedacht... Oh. Ja. Nein. Ich becie voulez. Telefon. Hein, was war das was du Arnold sagst über Blossingen? Äh, Don't worry. Trimm, ich habe vorgeschickt. Ich habe Stefan apenas einen Nuclearpum in meinem Kopf in Trael 이랄 ils Creations on our head, um, dass du noch wirst. many times Promoter Skowns fahren. Giaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa…. Das kann mir jetzt echt problematisch. Oha, schon wieder so eine Scheiße. Yeah, ich renne. Ja, ja, ja. Habt ihr eigentlich Glückschiedeht, bevor uns an so einem Brody zappern an? Naja, was ist das? Geh in die Airship! In der vorigen Folge, das ist schon gewissermaßen, wie lange her. Wisst ihr, was ich meine? So ungefähr, halt. Wo ist es? Ja, genau. Doch, das war das. Doch, genau das war's. Das wie ich. Das hat man vorhin gesehen, aber ich dachte so. Fuuuck! Das war's mit uns. Aber es ging doch noch weiter. Echt, Mathe. Meine Herren, Besitzung. Brunstzeit aktiviert. Es ist Zeit, ihnen zu zeigen, was wir tun können, Oceenhorn! Ich wollte eigentlich einen Cut setzen. Das Ding ist jetzt, glaube ich, das kann man vergessen. Das Ding lasert uns gleich voll weg, ne? Okay. Okay. Hat der ein Laser, okay? Fuck, ja, das ist so... Ach, da sind noch andere, da... Der Blau ist noch da, da ist ein Grüner noch im Wasser. Das war ein R3. Ja, die frittieren jetzt. Hier vielleicht jede Schiffe gekabert, das Materialverwerte, bevor ich es hier versenke, aber das ist ein anderes Thema. Kamehame und mein Strahl, er verändert sie. Er baut ein Loch in die rein. Speichert er hier? Kann man Cut setzen? Wir werden es nie erfahren. Doch! Spiel gespeichert, Spiel gespeichert, Spiel gespeichert, Spiel gespeichert, übernehmen das Kommandoschiff, Spiel gespeichert. Wir können noch mehr an den Zuschauern mit dabei sein. Like und teilen, like und teilen, kommentieren, haben wir den vergessen. Und bis zum nächsten Mal bei Oceenhorn 2, Nights of the Dream. Und wir werden einen schönen Todesstern bekommen. Hoffe ich zumindest. Bis dann, auf Wiedersehen. Tschüss. 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 Vielen Dank.